Die Geschichte spielt, als ich 27 Jahre alt war und einen schrecklichen Unfall hatte. Ich wurde unglücklicherweise von einem herabfallenden Holzbrett getroffen. Ich starb bei diesem Unfall. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich in einer anderen Welt war. Dort traf ich auch einen Mann, der mich tröstete und mir Wärme schenkte. Ich sah auch den Himmel. Aus irgendeinem Grund entschied ich mich, auf die Erde zurückzukehren, um mein Leben fortzusetzen. Haben Sie jemals einen Schlag auf den Kopf bekommen? Ich habe ein helles blaues Licht gesehen. So lässt sich meine Kreuzung am besten beschreiben. Wenn Sie jemals dieses Licht zwischen Ihren Augen sehen, ist das der Weg zum Himmel. Als Unternehmensberater ist es meine Aufgabe, Geschäftsinhabern zu helfen. Ich helfe Ihnen bei einer Vielzahl von Geschäfts- und Teamfragen. Ich würde Ihre Bedürfnisse verstehen und die besten Lösungen anbieten, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Eines Tages war ich im Begriff, einen Kunden zu treffen. Zu dieser Zeit ging ich eine Straße entlang. In dieser Straße befand sich ein Geschäft im ersten Stock, das gerade renoviert wurde. Ich bemerkte dies nicht, da es keine Hinweise oder Sicherheitsmaßnahmen gab. Als ich direkt unter dem Geschäft entlang ging, hörte ich plötzlich einen lauten Knall. Dann kam ein starker Aufprall von meinem Kopf und ich spürte einen starken Schmerz. Dann sah ich ein helles blaues Licht. Mein Kopf begann ununterbrochen zu bluten. Ich war so verängstigt und in Panik, dass die Leute um mich herum anfingen, Notrufe zu tätigen. Mein Bewusstsein begann zu verschwimmen. Das helle blaue Licht blinkte immer noch in meinem Blickfeld, als wäre es eine übernatürliche Präsenz. Ich wusste nicht, woher das Licht kam, aber es strahlte eine intensive Wärme aus, die mich sehr warm fühlen ließ. Ich wusste nicht, was geschah und was ich zu erwarten hatte. Ich hatte das Gefühl, mich in einem Zustand der Einsamkeit zu befinden. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch lebte oder ob ich in eine andere Welt hinübergegangen war. Mein Herzschlag wurde immer schwächer. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Leben langsam schwand. Plötzlich hörte ich eine sanfte Stimme, die mir sagte, hör auf, dich zu wehren, du bist jetzt schwer verletzt. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Diese Stimme vermittelte mir ein unerklärliches Gefühl von Frieden und Trost. Meine Schmerzen ließen allmählich nach, so als würde ich von einer geheimnisvollen Kraft geheilt werden. Auch die Angst und Unruhe in mir wurde allmählich gelindert. Ich folgte dem Licht und begann, mich nach oben zu bewegen. Ich spürte, wie mein Körper sehr leicht wurde. Langsam verließ ich den Boden und schwebte in der Luft. Meine Seele wurde leicht und frei, frei von jeglichem Schmerz oder Zwang. Die Erfahrung fühlte sich für mich erstaunlich an. Ich spürte, dass ich in eine Energie von unermesslicher Reinheit gehüllt war. In diesem Zustand schienen Zeit und Raum ihre Bedeutung zu verlieren. Ich schwebte in den Himmel über der Stadt. Alles auf den Straßen begann klein zu werden, wie Miniaturmodelle der Stadt. Fahrzeuge fuhren hin und her wie Insekten und Menschenmaßen waren wie Ameisen. Ich sah Menschen, die durch die Straßen eilten, weil sie damit beschäftigt waren, ihren Träumen nachzujagen. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Ziel. Ich sah Cafés auf den Straßen, in denen sich die Menschen versammelten. Bald war ich nicht mehr auf dem Planeten. Ich wurde in eine völlig neue Dimension transportiert. In dieser Dimension sah ich wunderschöne und geheimnisvolle Planeten und Galaxien. Unzählige Sterne leuchteten in einem geheimnisvollen Licht. Plötzlich tauchte ich in eine Helligkeit auf. Eine Stufe erschien vor mir. Die Stufen schienen aus weicher Baumwolle zu sein und vermittelten ein angenehmes und warmes Gefühl. Als ich eine Stufe nach der anderen betrat, spürte ich sofort, wie mich eine Leichtigkeit emporhob. Ganz gleich, wie stark ich dagegen drückte, sie nahmen mich immer sanft auf. Ich spürte keinerlei Druck. Es war, als wäre ich eins mit den Stufen geworden. Mit jedem Schritt erschienen wie von Zauberhand neue Stufen vor meinen Augen. Die meine Schritte perfekt begrüßten. Jeder Schritt war weich und federnd, und das Gefühl der Behaglichkeit breitete sich in meinem Körper aus. Wenn ich den Fuß absetze, sinken die Stufen leicht ab und nehmen dann schnell wieder ihre ursprüngliche Form an. Gleichzeitig verströmten die Stufen einen besonderen Duft. Es war ein frischer und wohlriechender Geruch. Anstatt mich müde zu fühlen, war ich voller Energie und Motivation. Schließlich erreichte ich die letzte Stufe. Als ich stehen blieb, entdeckte ich eine kleine Brücke. Diese Brücke überspannt einen friedlichen Bach. Sie hatte eine sehr einfache Form und verströmte ein Gefühl von rustikaler und reiner Schönheit. Die Brücke ist aus weißem Stein gebaut. Die Oberfläche des Steins ist glatt und zart. Die Steine wurden gealtert, um ihnen eine einzigartige natürliche Textur zu verleihen. Wenn die Sonne darauf scheint, glänzen die Steine in einem schwachen Licht. Das Wasser unter der Brücke fließt langsam und leise. Die Seiten der Brücke sind mit verschiedenen blühenden Pflanzen bewachsen und der Duft der Blumen erfüllt die Luft. Die Blumen begannen sich sanft zu wiegen, als die Brise vorbeiflog. Auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke sah ich meinen Vater und andere Verwandte. Ihre Augen waren von tiefer Liebe erfüllt. Ein weißes Licht umgab sie und verströmte einen blendenden und reinen Schein. Dieses weiße Licht war das hellste und reinste Weiß, das ich je gesehen hatte. Es fühlte sich an, als könnte dieses Licht alle Düsternis und Negativität durchdringen. Es war, als ob dieses Licht ein Symbol der Liebe war, das mich mit meinen Lieben verbannt. Hinter meinen Lieben erschien ein riesiges Gebäude, das ebenfalls aus weißem Stein gebaut war. Dieses Gebäude strahlte eine feierliche und heilige Atmosphäre aus. Es war so groß, dass es sich bis zum Ende des Himmels zu erstrecken schien. Die erste Person, die zu mir sprach, war mein Vater. Er sagte, liebe Tochter, was machst du da oben? Ich antwortete. Papa, ich weiß es nicht. Irgendetwas hat mich am Kopf getroffen und dann bin ich an diesen Ort gekommen. In den Augen meines Vaters blitzte Besorgnis auf, und er berührte sanft meine Schulter. Er sagte mir nur, ich kann hier noch nicht bleiben. Ich glaube, sie haben so viel Glück. Ich beneide sie darum, dass sie hier leben können. Ich sah ein helles Licht an der Spitze des Gebäudes und wollte näher herangehen, um es genauer zu sehen. Gerade als ich mich nähern wollte, versperrte mir mein Urgroßvater den Weg. Er schaute mich mit festen, liebevollen Augen an. Er sagte mir, dass es für mich nicht der richtige Zeitpunkt sei, mich der Lampe zu nähern. Aber ich gab nicht auf und versuchte erneut, näher heranzukommen. Diesmal stand mein Vater vor mir. Mit sanfter, aber fester Stimme sagte er mir, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei und dass ich Geduld haben müsse. Ich war ein wenig wütend. An diesem Punkt sagte auch der Rest der Familie zu mir, du musst jetzt zurückgehen, du hast noch viel zu erledigen. Ich antwortete, ich will nicht zurück, ich will bei euch bleiben und ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll. Plötzlich erschien ein starkes, helles Licht über mir, es war wie ein Blitz in der Dunkelheit. Ich schaute auf, um die Quelle des Lichts zu finden, und ich traute meinen Augen nicht, ich sah tatsächlich Jesus. Ich war von seinem Licht umgeben und spürte ein starkes Gefühl der Liebe. Sein Licht gab mir Hoffnung und Trost. Ich fragte Jesus, muss ich zurückgehen? Habe ich eine Wahl? Jesus antwortete, natürlich hast du die. Du bist schwer verletzt. Wenn du hierbleiben willst, wird dir niemand einen Vorwurf machen. Ich begann, über meine Antwort nachzudenken. Hier empfand ich ein überwältigendes Gefühl von Frieden und Ruhe. Ich könnte für immer vom Schmerz befreit sein und ewige Freude haben. Als ich an meinen Sohn dachte, spürte ich auch ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und Verantwortung. Dann fragte ich Jesus, was wird mit meiner Mutter dort unten geschehen? Und mein Sohn? Kann ich sie zusammen nach oben kommen lassen? Er hat mir nicht direkt geantwortet. Er legte mir sanft die Hand auf die Schulter und bedeutete mir, nach unten zu schauen. Seiner Führung folgend, erschien meine Familie in meinem Blickfeld. Ich sah mich selbst im Operationssaal liegen. Meine Mutter stand auf dem Flur des Krankenhauses, ihre Augen verrieten Traurigkeit und Verlust. Auch der Rest der Familie war in Trauer versunken. Jesus flüsterte mir ins Ohr, dass sie um dich traurig seien. Diese Worte berührten mein Herz tief. Ich konnte die Liebe und Verbundenheit spüren, die sie für mich empfanden. Er zeigte mir auch ein Bild von der Zukunft. Ich sah meine Mutter noch dünner werden. Man sieht sie zu Hause sitzen, sie ist nicht mehr regelmäßig und ihr Körper wird immer schwächer. Ich spürte die Einsamkeit und Hilflosigkeit meiner Mutter auf dem Bild, ihren Verlust an Begeisterung und Lebensmotivation. Ihre Augen sind voller Melancholie und Verlust, und sie kümmert sich nicht mehr wie früher um ihre Gesundheit. Dann sah ich die Abschlussfeier meines Sohnes. Ich sah ihn auf der Bühne stehen, ohne seine Familie an seiner Seite. Seine Augen verrieten Traurigkeit und Verlust. Er sah außerordentlich einsam in der Menge aus, ohne jemanden, mit dem er diesen bedeutsamen Anlass teilen konnte. Er hatte ein hervorragendes Ergebnis erzielt, und das machte mich unglaublich stolz. Diese Szene machte mich noch entschlossener, zurückzugehen. Ich möchte für meinen Sohn in jedem wichtigen Moment seines Lebens da sein. Er brauchte meine Liebe und Fürsorge, und ich wollte nicht, dass er sich den Härten des Lebens wieder allein stellen musste. Plötzlich hörte ich die Gebete meiner Familie. Ihre Stimmen durchbrachen die Grenzen von Zeit und Raum. Mein Mann, der seine Hände gefaltet hatte, schloss die Augen und betete leise. Seine Gebete waren erfüllt von Liebe und der Hoffnung, dass ich aufwachen würde. Auch meine Mutter betete für mich. Sie schüttete ihre Sorgen um mich vor Gott aus. Meine Freunde stimmten in die Gebete ein. Ich konnte sehen, dass sich ihre Gebete zu einer kraftvollen Energie verdichteten, die allmählich zusammenkam. Diese Energie begann sanft zu schimmern und bildete eine durchsichtige Kugel. Ich blickte in diese Energiekugel und spürte die Gedanken und den Segen meiner Familie und Freunde, als wären sie direkt bei mir. Ich beschloss, auf die Erde und zu meiner Familie und meinen Freunden zurückzukehren. Ich stand auf der Treppe, Jesus und meiner Familie gegenüber, und teilte meine Entscheidung mit. Jesus nickte mit dem Kopf und stimmte meiner Entscheidung zu. Dann dachte ich, werde ich zurückkehren und körperliche Schmerzen erleiden? Jesus schien zu wissen, was ich dachte. Er sagte, mach dir darüber keine Sorgen, ich werde dir einen gesunden Körper geben. Seine Stimme war so tröstlich, dass ich mich überwältigend wohl fühlte. Ich begann, mich langsam nach unten zu bewegen, und die Stufen schienen sich in eine sanfte Ruhltreppe zu verwandeln. Ich überquerte das Dach und betrat dann den Operationssaal. Die Ärzte und Krankenschwestern konzentrierten sich auf die Operation, während sie daran arbeiteten, meinen verletzten Körper zu reparieren. Jesus brachte meine Seele ohne Zwischenfälle zurück in meinen Körper. Die Operation verlief sehr gut. Einen Monat später hatte ich mich vollständig erholt. Die Ärzte waren erstaunt über die Geschwindigkeit meiner Genesung. Sie konnten sich den Grund dafür nicht erklären, nur ich kannte das Wunder. Die Gnade Jesu ermöglichte es mir, meine Gesundheit wieder zu erlangen. Die Schmerzen in meinem Körper verschwanden allmählich und wurden durch eine Rückkehr von Kraft und Vitalität ersetzt. Ich bin dankbar für die zweite Chance, die Jesus mir gegeben hat, und ich bin entschlossen, das Leben mit einer wertschätzenden Einstellung anzugehen. Obwohl ich auch meinen Vater schrecklich vermisse, weiß ich, dass er bereits an diesem schönen Ort auf mich wartet. Ich bin zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass ich jetzt wichtigere Dinge zu tun habe. Ich sehne mich danach, an dem Tag, an dem mein Sohn seinen Abschluss macht, an seiner Seite stehen zu können und stolz auf seine Leistungen zu sein. Diese Erfahrung hat mir ein tiefes Verständnis dafür vermittelt, wie kostbar das Leben ist. Ich werde jeden Tag mit einem dankbaren Herzen angehen. Ich weiß, dass, egal was die Zukunft bringt, Jesus an meiner Seite sein wird, um mich zu leiten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!